Ja, wir befinden uns Ende April und das Wetter spielt verrückt, so wie es natürlich im April ist. Also in Vorarlberg liegt jetzt zum Beispiel mehr Schnee als zu Weihnachten. Die Tage sind zwar wärmer, aber die Nächte sind eiskalt. Heizungsluft, kalte Luft, also es ist für unseren Organismus gar nicht so leicht damit umzugehen. Speziell mit unserer Haut, da jetzt ordentlich sich diesen Bedingungen anzupassen. Und besonders schlimm ist es für die sensible Haut. Ich begrüße herzlich Christina Wolf-Staudigl, Drogistin und Natur-Kosmetik-Expertin. Danke, dass du da gekommen bist. Hallo, danke für die Einladung. Wir reden heute über die sensible Haut. Woran erkenne ich denn, dass ich eine solche habe? Die Symptome einer sensiblen Haut sind Krippeln, Jucken, die Haut spannt, neigt zu Rötungen, sie wird auch trockener. Und die Auslöser sind oft, ja, Kälte, Hitze, aber auch andere chemische oder auch mechanische Einflüsse auf unserer Haut. Das können zum Beispiel Waschmittel oder Reinigungsmittel sein. Das kann aber auch die Sonne sein, Sonneneinstrahlung oder auch die falsche Hautpflege. In den meisten Fällen ist es ein Ungleichgewicht unserer Hautbarriere. Die Hautbarriere. Also das heißt aber, wenn ich dir jetzt folge, richtig folge, das heißt, ich bin nicht mit sensibler Haut unbedingt geboren, sondern die kann sich auch entwickeln. Ja, das stimmt. Über die Jahre. Okay. Gut, diese Hautbarriere, kommen wir gleich auf die zu sprechen. Was ist das? Wie darf man sich vorstellen, wie das funktioniert? Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns vorstellen, auf unserer Haut lebt ein ganzer Organismus von guten Viren, guten Bakterien und guten Pilzen. Ich muss extra gut betonen, weil wir heute auch schon über nicht so gute Viren gesprochen haben in der Sendung. Deshalb, alles was gut ist, lebt hier in einem guten Organismus, den wir auch Mikrobiom nennen, der Haut. Mikrobiom. So eine kleine Welt. Und ich habe hier einen Quadratzentimeter aufgeklebt auf meiner Handfläche und wollte dich fragen, was schätzt du, wie viele dieser Mikroorganismen, die ja sehr winzig klein sind, diese Bakterien, Viren und Pilze, leben auf einem Quadratzentimeter Haut? Also ich schätze jetzt einmal ein paar Millionen. Ja, ist gut, aber es ist eine ganze Milliarde an diesen Mikroorganismen, die sich allein auf einem Zentimeter Haut befinden. Und das natürlich multipliziert auf die ganze Hautoberfläche. So können wir uns vorstellen, wie intensiv unser Mikrobiom auf der Haut wirkt und arbeitet und unsere Haut in der Funktion unterstützt, aber auch schützt. Wie kann ich das jetzt intakt halten, dieses Mikrobiom? Dieses Mikrobiom durch die richtige Pflege. Wir müssen unsere Haut einfach pflegen, damit das im Gleichgewicht bleibt. Das heißt, ich muss reinigen, nehme ich an, wie immer. Ja, das stimmt. Also mit einer Reinigung ist gemeint eine sanfte Reinigung. Das ist ganz wichtig, dass wir unsere Haut auf jeden Fall reinigen. Aber mit einem ganz einfachen sanften Reinigungsmittel, ich habe heute mitgebracht, einen Duschschaum. Es gibt natürlich für das Gesicht was Spezielles, aber auch unsere Körperhaut kann ja sensibel sein. Und da gibt es zum Beispiel einen Duschschaum mit Süßholzwurzel, die auch zusätzlich noch die Haut besonders pflegt und auch beruhigt während der Dusche. Wenn unsere Haut zum Beispiel einen Sonnenbrand hat, ist es besonders unangenehm zu duschen. Aber natürlich wollen wir keinen Sonnenbrand, aber es ist nur ein Beispiel von empfindlicher Haut. Und wenn man die immer folgt, weiß man, wie man ihn verhindert. Ja, genau. Unbedingt immer Sonnenpflege verwenden. Und danach nehmen wir dann die passende Pflege. Und die soll so einfach wie möglich auch sein. Insofern, dass wir nicht zu viel Kompliziertes verwenden, sondern im Prinzip eine Pflegecreme. Ich zeige es dir gerne auch mal am Handrücken, ohne Duftstoffe, weil die können auch unsere Haut irritieren. Und das ist zum Beispiel eine, die auch ein Siegel hat für Hautmikrobiom. Die hat prä- und probiotische Wirkstoffe drinnen, damit unsere speziell alle guten Viren, Bakterien und Pilze verwöhnt werden. Und damit stützen wir unser Mikrobiom, bauen es auf, sodass sich die Haut selbst helfen kann. Das Mikrobiom wird durch die Pflege einfach nur aufgebaut, so gestärkt, damit unsere Haut wieder alleine in den Rhythmus kommt und diese Sensibilität nach und nach abbauen kann. Prä- und probiotisch. Und das steht dann da drauf? Das muss dann, das steht dann auch drauf. Genau, damit füttern wir unser Mikrobiom. Und dieses natürliche Mikrobiom füttern wir damit. Und optimalerweise morgens, abends? Ja, genau. Morgens, abends unbedingt. Die Reinigung sollte mindestens einmal am Tag, also in der Früh und am Abend wäre optimal. Okay. Dann gibt es natürlich noch Aging-Produkte wie Seren und Retinol. Die sind derzeit überhaupt der Renner. Ja, das auf jeden Fall. Retinol ist in aller Munde. Nur Retinol ist natürlich der Klassiker der Schönheitspflege, kann aber gerade bei sensibler Haut nicht gut vertragen werden. Deshalb gibt es eine ganz tolle Alternative, die vielleicht noch nicht sehr bekannt ist, aber ganz ein großer Trend-Wirkstoff ist. Das ist Bakuchiol. Das ist ein Samen, der die gleiche Wirkung hat wie Retinol. Ich zeige es dir auch gleich. Wird in Form eines Serums auf der Haut vor der Pflege aufgetragen. Und der hat das gleiche Wirkstoffspektrum eines Retinol-Produktes. Wirkt gegen Pigmentflecken, strafft die Haut, wirkt Fältchen entgegen, wirkt antioxidativ. Also das kann einfach so vieles. Ich war gerade auf einer internationalen Schönheitsmesse und das ist der Trend-Wirkstoff dort. Wie heißt das nochmal? Bakuchiol. Bakuchiol, das merken wir uns. Das kühlt herrlich und das fühlt sich natürlich auch sehr... Beruhigt auch gleich die Haut. Ja, man merkt es. Es entlastet sofort. Ich danke dir sehr herzlich. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, danke. Bis bald.